Ja toll, danke. Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei Minecraft. Wir machen per Waffe, wie heißen Sie da, Jungs? Nein! Nein! Oh! Da holt er sie! Du hast noch... Und tschüssi. Hm? Ja, Lukas, wie du mir den Kehle abstaubst! Wehe! Alles klar! Ah, wie? Juri, alle klauen mir meine Kills, das ist voll unfair. Oh, so ein Pisser. LOL So, wir spielen in uns. Wo sind meine nächsten Gegner? Sonst kacke ich die ab. Oh, Lukas! Nein! LOL Alles klar! Oh, mein Gott! Ja, toll! Ja, toll! Wieso? Oh, der legt an! Der legt an! Der legt an! Der legt an! Scheiße! Alter, vorher hattest du... Vorher hattest du so ein Glück, gell? Nein! Wirklich! LOL! Ich verricke wie ein... Hund! Blöde Hund! Hau! Oh, leck mich am Arsch! Komm hin, kommt der Pisser und knall mich einfach ab! Oh, ich hatte zwei Herzen, Lukas! Oh, das ist aber auch üblich! Zulung! 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 Hä? Da hat doch kein Fall mehr! Ich hab grad'n Schwimmelkill gemacht! Oh Gott! Lol! Vorwunschlagst du mich, Alter? Vorwunschlagst du mich, Alter! Jo! Aber dieser Snack-Brand, alle legt zu extremst sind! Alles klar, Lukas Born fährt mich erst mal! Ja, easy! Ja, das war klar! Toll! Oha, wie der legt! Wo seid ihr? Ja, der legt! Ist klar, Lukas mischt sich erst mal ein! Oha, der legt! Ja, wie, Sebastian, wie ich tagetet! Oh, lang! Oh, Gott! Oh, Gott! Und wer ist schon hier? Wo bin ich überhaupt? Ah, da! Ah, Leute, ich bin noch nicht dumm! Hab' ich schon gesehen! Ja! Oh! Oh! Ich bin so schlecht! Der hat vor irgendwie zwei Blöcken nicht gestorben! Soll ich das fail! Oh Gott! Wieso mach' ich das? So hab' ich gespannt! Aha! Verpiss dich doch, jetzt bist du so ein Abstauber, alle! Hä, also... Nein! Du doch nicht! Guck's dir an! Boah! Loll! Ich bin Dritter? Wie jetzt? Äh, das ist... Piu, 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 piu! Ich hab Durst! Obdach der... Dieser Shrimp-Boy will den Team machen! Boy will den Team machen! Läuft bei ihm! So! Alle auf Sebastian! Ja! Tag geht Sebastian! Oh, fünf Leute! Sechs! Sieben! Sieben Stück! Acht! Acht! Los geht's! Ja, da geht's! Oh! Lol! Der erste Hit! Ah, hallo, du... Oh Gott! Loll, Sebastian hat auch ein bisschen! Oh, Scheiße! Sebastian! Ja, die Map ist echt cool! Ist, glaub' ich, auch kalt auf YouTube! Ist Reputation! Ich bin übelst schlecht! Nice! Die Killsäge ist dann bei... Lol! Loll! Oh, Achtung! Das ist echt viel! Loll! Ich bin sofort kurz! Alter! Was ist das hier? Dieser... Dieser... Dieser Soccer-Bies, Alter, zifft jeden Fall! Der zifft jeden Fall! Da machst du nix! Was? Oh Gott, war das schlecht! Du wolltest jetzt... Ah, ich hab kurz gedacht, dass Lukas wieder abstauben will! Wah! weh... Na komm zu Papi! Na komm! Na komm! Hat's so einst! Alex Warum verfolgst du nur mich Ich verfolg dich nicht Ganz ehrlich Jetzt geht er nur auf mich Oh, Null Nein Ich hatte gerade die Killserie auf Doom Nein Ihr verkennt Nein, du Penner Also Hä, warum ist der eigentlich grün? Äh, Premium Oh Gott Na toll Eben getroffen Nice Lukas will abstammen Alter, kommt er mit seinem händlichen Bogen, Junge Ich hab Premium Vorteil bei Jerry and Taylor Ey, ganz ehrlich Voll Ja, gib dir Junge, läuft bei ihm Der ist für dein Kill zu lücken Lola, halt Bitte Ja, das war's Ha, ha, tot Auf jeden Fall Hat er doch easy schon geworden Dieser Soccer-Bim-Bam Nein Biss Nein Was ist denn da hier? Was, Alter? Nice Ach, Junge, dich, dich am Tryhardt Ich bin voll letzter, doll Toll Ich bin voll letzter 13 Kills 13 Nacht-Devs So Leute, ich werde sagen, für diese Runde das war's Und wir sehen uns nächstes Mal Ciao